hallo und herzlich willkommen ich bin es der gute Pamu und wir schauen uns heute aus dem bereich der striegel ein kleines paket an und zwar das paket madara akkus sunrise bestehend aus zwei striegel wie man gerade hier im hinteren grund so ein bisschen sieht einmal als anhängen und einmal zum ziehen und das schauen wir uns jetzt erstmal in unserem kaufmenü einmal an ja da gehen wir natürlich in unsere geräte rein bei den striegeln und da hätten wir dann hinten natürlich dann die madara akkus sunrise m r 58 und die madara akkus sunrise m r 122 ja kostenpunkt liegt jetzt die 58er bei 12.100 die 122 bei 29600 so wir schauen uns erstmal die m r 58 an ja wie man sieht ist gleich hier die vorgegebene farben weite rot rot wobei ich sagen muss wenn ich mir jetzt die farbpalette auch anschauen wir können blau wählen wir können grau wählen oder schwarz nehmen rot also ich finde persönlich den rahmen in schwarz macht so gesehen schon optisch etwas her und eben halt dann der farbe von unseren ja spikes sage ich jetzt mal können wir immer dann grau wählen schwarz wählen oder eben halt rot wobei diese kombination finde ich eigentlich schon recht gut wie viel wir brauchen wir jetzt einmal 80 ps haben einmal haben eine sechs meter arbeitsbreite und eine arbeitsgeschwindigkeit von 18 km h mehr können wir erstmal nicht verändern dann schauen wir uns die m r 122 an da haben wir natürlich eine arbeitsbreite von 12 metern 140 ps brauchen wir da mindestens und haben auch eine arbeitsgeschwindigkeit von 18 km h auch hier wie bei der zum anhängen haben wir eben auch unsere vier hauptfarben wobei ja das brauche sich zu uns und wo zu unterhalten und eben halt dann auch bei den bei den sparren eben halt dann unsere drei hauptfarben mehr können wir aktuell davon nicht verändern so aber wir haben sie auch beide schon mal hier angehangen auf unserem ja erst in unserer ersten wachstumstufe auf dem feld und man sieht auch schon hier die sparren beziehungsweise ja doch die sparren die gehen schön in den boden rein auch hier der rahmen das ist jetzt eben halt dann ausgeklappt auf die zwölf meter gesamt aber die können wir dann eben auch dementsprechend ja auch ganz normal dazu klappen es ist so wie jetzt bei den ganzen anderen anbau geräten wie zum beispiel bei den balzen auch liebe dann einfach zugeklappt und so werden wir dann eben in der transportstellung aber wir machen einmal auf denn wir wollen ja auch schauen ob die maschinerie auch funktioniert auf unseren feldern und daher senken wir es jetzt einmal ab und ziehen sie jetzt einmal hier entlang ja wie man sieht und wir auch hier eine schöne animation mit dabei das würde auch schön durchfahren können eben halt dann durch unser feld so machen wir jetzt erst mal kurz stopp schauen uns das ganze in unserem ja unsere kartmenü an und wie man sieht wir haben auf der strecke jetzt mit den zwölf metern unser unkraut bekämpft also das war dasselbe spiechen machen wir jetzt hier mit der anhängerversion ich wir klappen das einmal zu dann hätten wir auch wieder unsere transportstellung und dann können wir dann damit eben auch zu unserem feld überfahren dadurch dass wir aber jetzt schon am feld sind und ja mal loslegen wollen klappen wir das ganze noch mal auf und auch hier können wir jetzt eben halt ablassen und wenn jetzt unsere bahn fahren auch hier drehen sich die einzelnen sparren geben heute damit wir fahren 18 km h und wenn wir jetzt noch mal in unser menü reinschauen auf unsere karte wir haben dann da auch unser unkraut beseitigt mehr gibt es erstmal nicht dazu zu sagen außer wer eben halt interesse an diesem kleinen paket hat das gibt es aktuell bei mod hub gibt es für pc mac ps4 ps5 xbox und xbox es ja wir schauen uns auch mal kurz die log an und die log ist aktuell fehlerfrei keine warner keine eros keine luas wobei ich aber auch sagen muss ich habe das ganze jetzt single player beziehungsweise einzelspiel getestet wie es jetzt natürlich auf dem server ausschaut kann ich zu diesem zeitpunkt nicht sagen wenn euch diese kleine mod vorstellung gefallen hat das gern daumen da lasst gern abo da und die glocke nicht zu vergessen und immer auf dem neuesten stand zu sein ich bedanke mich an dieser stelle fürs zuschauen und sagen tschüss und ciao bis zum nächsten mal